Regelverstoß, das gibt Strafkarte. Ich war nicht da! Ich hab nur Graveling's Song gehört, mehr hab ich nicht gehört. Ja, 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 ja. Das glaubt dir keiner, Kevin. Das Leben ist nicht ich. Aber dafür ist Cyan Bart Botlane extrem stark. Echt jetzt? Auf keinen Fall. Ich wollte gerade sagen, du siehst mich ab Level 3 doch nicht wieder, oder? Ach so. Wir haben das noch viel besser. Was? Ich muss sagen, ich mag solche Mini-Games. Ich mag diese Mini-Games und ich sehe jetzt schon die Meeps. Ne, das ist auch in Ordnung. Torben, danke für dein Prime, Couscous. Es ist auch ultra warm bei mir. Aber man macht ja gar nichts auf der Bot, oder? Ja, das ist der Plan. Das ganze Team macht die ersten 40 Minuten gar nichts. Hey! Also der Plan ist echt einfach durchzuhalten. Weil am Ende gewinnen wir ja automatisch. Also wir können ja nicht verlieren, wisst ihr? Okay, weil wir Infinite Scaling haben, richtig? Absolut korrekt. Mhm. Die Scaling natürlich. Nein, ich habe den Stinker. Stark. Also Cyan Bottling gegen zwei Range-Leute ist halt unglaublich scheiße, ne? Ja. Egal. Ich komme gleich. Genau das. In der Mitte ist der Killable gerade. Der ist, der will mich gerade... Dann komme ich mit. Boah, dann vertraue ich nicht. Der hat mich letztes Mal mit der Chance angenommen. Schade. Der will gerade einfach nur eine Kur auf mich werfen. Boah, die wären so tot gewesen mit dem Jungler. Hey, komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Ich... 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 Ich komme. Starkes Ding. Den hast du, oder? Was hat er denn da meinen? Stacker-Button? Ja, ja, sicher. Okay, gut. Ich komme nicht mehr nach vorne. Alles gut. Sehr schön. Also Borderline keine Thumbs mehr, ne? Nur so. Ja. Das glaube ich dir halt nicht. Stimmt auch nicht. Komisch. Perfekt. Ich habe keinen Mann auch. Ja, ja, ja. Ich hätte... Das ist nicht mal unseren... Flasch da? Boah, ich bin... Ich bin so ein Arschloch, Digga. Wie mache ich mein Pot? Und so mache ich's. Er ließ noch einen Nutt. Das ist doch schnell zu seinen Nutt. Genau so habe ich das aber auch gemacht, Coby. Schön Essen bestellt. Ich habe immer noch nicht gegessen. Das steht doch da. Shit. Wie bitte? Hm, ich habe gesagt, ich habe dir so zwei Heildinger hingestellt. Ja, mega. Dann kannst du jetzt auch wieder weggehen. Ja, ich wollte eh nicht mehr da bleiben. Da unten stinkt. Ja, 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 ja. Wo ist denn das Bartportal? Kommt das vielleicht dann? Ich habe nur Cooldown. Ich würde noch den Stack erwarten, ganz kurz. Ja, ja, klar. Ich sterbe dann einfach. Ist in Ordnung. Der hat keinen Flash. Der hat keinen Flash. Ich tower dive. Ich tower dive. Keinen Flash auf Lee? Ich hatte keinen Flash, oder? Der Lisa hatte wirklich keinen Flash. Ja, der hat wirklich keinen Flash. Die hatte auch keinen Flash, oder? Doch, der hat geflasht. Achso, er hat ja keine Samsung. Das stimmt, ja. Ja, doch, dementsprechend hat er nicht weggeflasht. Achtung. Ja, jetzt haben die auf jeden Fall keine Sums mehr. Kann wir die wave vielleicht irgendwie rein? Nee, auch keinen Fall. Nee, die geht noch keine Sums, deswegen muss ich jetzt aufpassen. Kommt einfach nicht. Er hat tatsächlich auch kein Flash. Also. Extrem, extrem. Boah, der ist ein bisschen zu smooth, tatsächlich. Tja. Nee, nee, nee. Ich hatte drei, du mein lieber, ne? Drei und vier. Ich hatte sie und dreißig. Vierunddreißig. Einen. Das ist doch immer wieder vorbei. Ich würde hier reinlaufen, komm. Komm. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Warte, ich meine Mibs sind da auf der Bot Lane. Ich muss Prioritäten setzen, das ist nur für Leid. Ja, okay. Na, ich kann mal wieder Solo reinhauen. Ich glaube, ja, ist kein Problem. Ja, ja, warte, ich komm. Hallo, Welten Drache. Ja, moin. Gib mir mal eine coole Leute Kindert. So Kindert, was willst du wissen? Und in der coole Land. Irgendeinen coole Fakt. Irgendeinen coole Fakt. Irgendeinen coole Fakt, ja. Ja. Ich würde hier warten, komm. Ja, cool bleiben. Okay. Ja, Kindert ist der doppelte Tod. Einmal durch das Lamm und einmal durch das Wolf. Der Wolf tötet alle Leute grausam. Und in Freljord ist es Tradition mit dem Wolf zu tanzen. Oh, ich habe vergessen, durch den Sturm einzugehen. Sag mal, wann hast du angefangen zu trinken? Interessensalber. Wieso? Interessensalber. Was ist das für eine Frage? Hallo. Eine ganz normale. Ja, also... Ja. Also, hallo. Ein Feierabendbier. Was für eine Truppe bin ich hier gelandet? Das ist in Bayern komplett normal. Es ist... Oh, ich komme bitte. Ein Glück. Ja, ich habe 49 mal noch. Ich will auch noch kommen. Ich würde 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 auch noch. Vielen Dank Hiroshika. Oh, das war verdammt stark. Oh nein, das ist... Du musst hier mal ganz kurz mitmachen, bitte. Und noch ein bisschen länger. Dein großzügiger Einsatz war so eben wie ein Sportschirm. Weiter geht's. Ich habe eine Sekunde hier. Komm, abwahrt. Bockstark, Phil. Das ist jetzt echt blöd gelaufen. Scheiße, ne? Oh, Leute, ich komme so durcheinander mit dem Mutant. Habe ich mich bedankt? Wie finde ich den Song von Shane and David? Banger! Ich habe davor auch schon gefragt in der Gruppe. Wirklich? Ein Mann der Kultur. Ich bin heute zum Optiker gelaufen, ich habe den sechsmal in der Dauerschleife gehört. Ich habe tatsächlich noch nie Matcha Latte getrunken. Ich auch nicht. Ich fühle mich, als würde ich es machen, wenn ich den Song höre. Ja, ja. Ich war tatsächlich auch noch niemand Pilates. Ich auch noch nicht. Ist aber auch der Bucket-Business, also mal abarbeiten. Können wir in Neu-Ulm dann machen? Na, du, das hat noch Zeit. Ach so, shout-up. Das ist ja so Lifetime-Ding, ne? Ah, okay, okay. Ich würde den Gesicht nochmal abwarten. Ja, ich flieg gleich los. Ja, Borderline ist mega entspannt, Leute. Also macht euch da echt keinen Druck. Du, ich bin gut im Game. Ich vertraue mir da selbst. Ich bin auch da? Okay. Ich tipp hier rein, ich tipp hier rein. Ult, ult. Ah, du hast keine Ult. Ich habe keine Ult. Mach irgendwas anderes. Ich kann nichts anderes mehr machen. Ich ult, ich ult, ich dive, ich dive. Das darf jetzt wohl nicht wahr sein, ne? Ja, 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 ja. Oh, du hast ihn, du hast ihn. Und hier überlebe ich es auf der Grund, glaube ich, noch. Ne. Ich komme. Überlebe es tatsächlich. Six Ult, maybe, pass auf. Ja, ja. Bin flink. Die Prime League. Die Prime League. Das ist gut. Jetzt freue ich mich nach dem Morde gerade kurz ab. Vielen lieben Dank an die Prime League für den wunderschönen Raid. Wir sind hier gerade in meinem Geburtstag-Stream. Ich habe in zwei Stunden Geburtstag ins Stream rein. Und ich danke euch. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Second-Diff-Ride. Im Stack-Check, ich habe 14 insgesamt. Was, du hast 14? Ja, also 8 und 6 halt. Ich bin ja, nö. So rechnet man. Okay, okay, okay. Ja, in Baden-Württemberg schon, ne? Stimmt, wie viele Biere waren es denn jetzt? Tanja? Ich habe ein Bier getrunken. Ein Feierabendbier. Das ist ganz normal. Ich bin Studentin. Ich komme aus Bayern. Ich weiß gar nicht, in was für eine Gruppe ich hier gelandet bin. Dass ich das überhaupt erklären muss. Ja, kam die Idee. Keine Macht in Drücken. Du musst es ja nichts erklären. Das war ja nur eine Frage. Du hast dich selbst gerechtfertigt, weißt du? Oh, warte, ich mache das. Oh, stark. Keinen getroffen. Ich würde trotzdem noch weiter chasen, ja. Ja, ich nicht. Blöd. Aber die haben auch gut gedodged. Was soll ich sagen? Das stimmt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich move. Der kann mir nicht gehen, ich habe eine Ulti. Ja, mit A-Soul? Mit A-Soul? Ich gehe rein. Ich gehe rein. Der hat keinen Kick, der hat keinen Kick hier. Nein, die krediert mich, das kann nicht wahr sein. Oh, ist das eine Katastrophe mit euch. Das war wirklich... Ne, er hat schon recht. Ne, das ist was er sagt. Ist das Respekt. Kredit in mir 35%, ich werde zum Werwolf. Okay, scheiß drauf, ich zieh durch. Ich komm, ich komm, ich komm. Oh, zu mir, oder? Ja, wo bist du denn hin? Ich bin hier. Eist Matcha Latte? Zu spät zum Pilates. Okay, also ich fühle mich echt alt. Woher wisst ihr überhaupt, dass sie einen neuen Song released hat? Hey, TikTok. Das weiß man. Jeder ist TikTok. Ja. Ja, wirklich. Es ist TikTok, ja. Das stimmt. Ja. Dankeschön. Küsschen links, Küsschen rechts. Heute was scharfes. Heute was scharfes. Ja. Man, man, man. Hey, schon, komm mit mir. Es wird vielleicht... Martin, du lädst doch richtig viel Instagram-Reads hoch. Machst du nicht aus TikTok? Hä, ich plane die und dann ist weg damit. So. Scherz dich nicht um ihre Community, die Tanja. Naja. Naja. Nix mehr ist. Schieben wir mal wieder, ja? Ja, ne? Wir lieben, ne? Schieben wir mal wieder, ne? Ja. Oh Mann, herrlich. Ja. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Hey! Ah, mein Gott, sie hat das mit der Ward gemacht. Schild beschützt hast. Ja. 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 Okay, was ist ein Harti? Harti. Oh, ne, es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Auf mir, bitte? Du bist ein echter Tariq, der unser Team mit deinen... Okay, habt ihr davon Ohrwurm von dem Lied oder warum könnt ihr das schon auswendig? Wie lange ist das schon draußen? Ja, ist seit zwei Tagen, glaub ich, draußen. Ja. Ja, also Tag zwei sollte man es knapp 200 Mal gehört haben, ungefähr. Ja, ja, ich glaub auch. Also die Sache ist... Tanja, also... Um es mal ganz kurz tatsächlich zu erklären. Ich hab Ulti, ich hab Ulti, ich hab Ulti, ich kann überleben. Wenn du unbedingt einen Body willst, musst du pushen halt. Das ist das im Endeffekt. Okay. Und wenn du eine Hotti bist, dann gucken sie halt. Ja. Ich bin da so useless noch. Der Maulik, ich verstehe... Der Champion ist mir sehr suspekt. Ich möchte es einfach mal sagen. Um welches Lied geht es? Um Bauch, Beine, Po von Shirin, David. Ey, du musst verstehen. Der Song wurde auf TikTok so für zwei Wochen geteasert. Und da war halt genau diese Line. Tanja, weißt du? Deswegen ist es halt sehr leicht. Das ist also der Catch. Die Catchphrase von dem ganzen Lied. Und wart ihr dann schon... Habt ihr schon gepusht, um Hotti zu werden? Ja. Pilates hat noch nicht. Pilates hat noch nicht. Aber... Wie kommt ihr denn auf Pilates? Ich dachte, ihr müsst pushen. Sie sagt es halt. Sie sagt es halt. Aber was ich auch noch sehr feiere, sie sagt auch, dass sie ein Champagne zum Frühstück trinken. Ja. Aber das macht ihn doch einfach. Da war ich tatsächlich auch noch nie drin. Also, naja. Einiges auf der Buckelliste hier abzuarbeiten. Perfekt. Wie zum Beispiel den Affilius töten. Braunerspubi-Bahn. Danke für die 10er-Sat-Bombe. Leute, wir müssen nach dem Game mal wirklich die Liste abarbeiten. Wir haben da jetzt drei Leute drauf. Karschko-Berry und Braunerspubi. Ich war tatsächlich schon mal beim Pilates. Und beim Yoga. Ist es cool? Ja. Schon. Und es ist anstrengend. Also, man denkt aber gar nicht, wie anstrengend Yoga der Pilates ist, aber das ist unfassbar anstrengend. Doch, bei Pilates dachte ich mir schon. Bei Yoga, weiß ich, also bestimmt. Ja, bei Pilates dachte ich... Der Molek hat keine Ulti. Der hat keine Ulti dazu. Ja, ihr habt das da, ne? Achso. Oder wie slow ich bin. Okay, was... Was für eine Line ist euch noch im Kopf geblieben? Außer pushen, pushen? Ja, den Song gerade. Okay. Äh, auf und ab. Wir laufen mit den Waffen einer Frau. Brapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ja, stimmt. Geh mal weg, der Obsi. Also, ich würde auch noch einen Kill nehmen zum Scan. Okay. Was sind die Waffen einer Frau und warum schießen die? Ich gehe davon aus, dass der Bauch, die Beine und der Posen. Bra, bra. Aufgrund der Löwens würde ich das einfach mal anmachen. Jimmy werde Skinny. Oh, stark, ja. Hör dir das einfach mal an, Tanja. Und mach dir ein eigenes Besatz. Ja, hallo. Ja, ja. Ja, ich mach dir gleich an. Ja, ja, okay. Das ist gut. Ich hör mir gleich mal an. Aber du musst dich drauf einlassen. Ich mach dich drauf ein. Ja, nicht judgen direkt. Du musst du tun, als wärst du gerade frisch beim Pilates. Du kommst gerade so frisch aus dem Bett. Okay. Und willst du halt einen Matcha machen? Aber du kriegst einen Champagny. Oder einen Ice-Matcha-Latte anziehen. Nein, wir müssen mal gucken, ob sie sich drauf einlässt. Muss mal gucken. Bin da, bin da, bin da, bin da, bin da. Ja, 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 ich auch. Vielleicht die, oder? Okay. Ah, Moment. Vielleicht ich komm gleich rüber. Ist das frech? Ich krieg die nicht, es tut mir leid. Ich bin tot. Egal, ich clear die Wave. Ich clear nicht mal die Wave. Oh, Hilfe. Ähm. Also. Leute, wir brauchen Zeit. Ich höre wenig von Tanja. Ich glaube, sie hört es dir gerade an. Nein, sie überlebt wieder. Dankeschön. Wunderbar. Gold auch lecker. Ich komme, ich komme. Ja, ist jetzt klar. Ja, ich habe vielleicht Flattern, Junge. Ja, ich block alles. Flatter den mal richtig an da jetzt. Ich habe 10 Ult. 5, ja, soll ich 5, 4, 3? Der können wir noch. Nein, nein, nein. Das waren meine Stacks. Ich stack auch tatsächlich damit. Ich habe auch schon Hain, aber irgendwie fühle ich mich nicht stark. genug. Das ist komisch. Oh nein. Willst du hier rein düsen? Ja, bin drin. Sehr gut. Hm? Oh, ich habe alles gefailt tatsächlich. Ist mir leid. Hat der denn schon wieder den E? Alter, 5 Sekunden oder was? Kein Problem. Okay, lass den mal töten, den Mordokaiser. Der hat noch Ult. Müsste eigentlich zumindest. Oh, schöner. Oh, stark, ja. Spuck den mal richtig ins Gesicht. Ich würde den Nash starten tatsächlich. Ich bin nur French. Ich würde einfach mal den Nash in den Raum reinwerfen. Oh, ja. Komm weg oder was? Oh, da kommt so eine aufgeladene Q jetzt ins Gesicht. Hä? Die Q kam nicht durch. Oh, die Q kam nicht durch. Komm, einfach. Ich ahne Böses. Ja. Die Q kam nicht durch. Dann müssen wir uns gleich abwechseln, ne? Ah. Das ist scheiße. Ist raus. Ja, ich glaube, wir müssen raus. Oh, Portal. Das ist nicht gut. Oh, starker Dodge. Bedankt. Tanja, Frau Unterstützung. Ja, ja, ich komm. Wie fandst du den Song? Ja, fand den toll. Nicht so seins. Bitt aus! Hab's gesehen. Ich bin stolz. Was soll? Ich höre mir morgen früh nochmal an, wenn ich aufstehe. Und dann sage ich euch dann nochmal Bescheid, wie ich den fand. Das ist krank. Ja, okay, das gut. Weiter, weiter, weiter. Ja, Kollege Leeson kann hier eintenken. Nee, oder? Nee, nee. Ich hab die alle tatsächlich. Die sind alle tot. Also 8-Stack hab ich schon. Wir sind hier bald an dem Punkt, wo wir nicht mehr bringen können, tatsächlich. Ja, wann macht ihr Bauchbeine-Po-Training? Also wann geht's bei euch los? Mittwoch und Sonntags. Wenn das genau wissen wir's. Echt jetzt? Ja, ja. Du hast wirklich Bauchbeine-Po? Also jetzt nicht direkt Arsch, aber ja. Also ist auf jeden Fall. Oh, ich dreh durch. Der Insics hole ich mir, macht ihm ja gar keine Sorgen. Der hat keine Ult mehr, glaub ich. Vielleicht auch kein Leben mehr. Schön. Kurzer Temperaturcheck. Wie warm ist es bei euch gerade im Zimmer? Äh, 45 Grad. Aber ganz heiß. Bei mir auch knapp. Außer man wird nächstes, nächstes, nächstes Jahr voll klimatisiert. Das reicht. Äh, ich würde jetzt nochmal den Nash vorschlagen, tatsächlich. Und ich glaub, diesmal machen wir ihn zusammen, ja? Okay. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich fühl mich nicht angegriffen, tatsächlich. Nein, 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 alles gut. Also es war jetzt... Ich getopteffen. Aufforderung. Okay. Der Morde ist über uns hier? Naja, ist okay. Der Morde ist extrem stark. Ne? Nur kurz nochmal als Information. Ja, ich würde sagen, Tanja tankt jetzt die Ulti von dem, dann ist es gut. Ich hab's probiert, aber er integriert mich einfach. Und ich dann auch verprügelt mich. Meine Qs wieder nicht drin, Leute. Aber ich bleib dran, ich bleib dran, ich bleib dran. Ich bleib hier auch dran. Kein Schaden, Alter. Äh, ich würde rennen, tatsächlich. Oh, okay. Boah, ich würde, ich würde dann defeated mitten hier. Da kommt ein Lee von unten. Ich kann smiten du Ultis, okay? Ich smite du Ultis. Ja. Hab meine Ulti geisteskrank gemisst. Ja. Idee gut. Ich würde Obst du die Schuld geben an der Stelle. Ja, nee, ich hab... Also der Lee Sin, ich muss mal ganz kurz nachschauen, wo der in welchem Elo-Berechter spielt, weil der spielt tatsächlich echt einen guten Lee Sin. Ach, er ist da ja Platin 2. Emerald 2. Nein, okay. Okay. Warum sagst du, dass du jetzt so als ob Platin 2 schlecht wär? Ich meine, ich dachte nur, ich spiel hier gegen einen tatsächlichen Grandmaster-Spieler oder höher. Also der hat mich tatsächlich abgeholt. Das ist eine verrückte... Das war eine verrückte Bart-Ult. Ja, die war... Ich wollte ihn... Ich wollte ihn... Ich wollte ihn... Die war wirklich sehr verrückt, aber... Ich würde erneut Nice vorschlagen, tatsächlich. Ja, mega. Können wir direkt surrendern, oder? Okay, wir können aber auch... Nee, ich würde zuerst den Abwehrers abholen, dann nach der Nash. Oh, ja, ich hab's probiert, ich geh dann mal. Ihr macht das. Boah, starker Schaden. Also ich bin auf jeden Fall nicht fach. Ich komm, ich komm, Attacke. Hä? Was soll das? Boah, Gottes, wenn der... Boah, du bist fast in meinem Gesicht gefallen. Das fände ich gut. Einfach gefallen so. Umgekippt einfach. So drei Meter umgekippt. Ist er in meinem Gesicht gespawnt und ich bin halt dann tot. Schade. Okay, wie gehen wir mit der Situation um? Komplett tot hier drin. Oh, ja, ich hab ihn mal gestunnt. Ähm, ja, der Lieschen ist relativ low tatsächlich. Also ich glaube, wir gewinnen das wirklich. Ich glaube, er hat auch noch Kick. Nee, nee, ich bin doch umgefallen gerade. Der wollte dir doch ins Gesicht kicken. Naja. Ach, hat er tatsächlich... Er stimmt, ja gut. Das ist wahr. Ja, ich bin gar nicht umgefallen, Opsi. Der hat mich tatsächlich gekickt. Ja, du bist einfach gesprungen, ne? Du bist einfach gesprungen. Ja, okay. Ja, ich hab jetzt game. Ja, ich hätte noch meinen Vorschlag. Ja, bitte nicht. Also da ist eine Mark auf dem Nash. Ich würde dich echt gerne haben. Wir müssen aber nicht. Ich bin, also ich habe auch bald mal Rapid Fire. Da bin ich tatsächlich sehr all-powerful. Und die hat, die Kollegin hier hat kein Flash mehr. Dann fühle ich mich stärker als ein vollgepackter Maokai. Gib mir noch so 36 Minuten. Ah, okay. Gut, die Mark ist weg. Stackt sich hier auch nach Nacht? Pathetic. Couscous. Dankeschön. Deine Crew bekommt mehr... Ja, du bekommst viel mehr Damage einfach auf allem. Also das stackt trotzdem... Also du kriegst einfach mehr Schaden. Du evolvst keine Fähigkeit mehr, aber das, was du hast, ist einfach stärker. Und... Ach, ich bin tot. Und es kommen mehr Splitter. Also wenn deine Crew sich aufteilt, davon kommen mehr. Ähm, der hat kein Ulti dafür, jetzt. Hm. Wir haben ein dickes Problem hier. Aber Smolder und Ace Roll können krass stacken jetzt. Ähm, Leute, die wollen beenden. Können wir bitte... Hier, Feister. Brauchen dich. Ich fahre. Ich tank das, Leute. Alles gut. Ja, wir gehen auf den League, glaube ich. Oh, da kommt der dicke Ulti. Rede, rede, rede. Ich komme in fünf Sekunden ab. Ich bin... Und tot. Gut. Ich lebe, ich lebe. Ich spüre meine Beine nicht mehr, aber ich lebe noch. Ich komme, ich komme. Gut geredet. Ja. Kevin lebt auch noch. Wir können das schaffen, Leute. Alter. Okay. Das ist schade. Das ist verdammt schade. Kein Flash. Ja, okay. Okay, okay, okay. Oh, nein, nein, nein. Zehn. Ich... Ich hab das. Naja, alles gut, Leute. Alles gut. Doch, doch, du hast es. Alles gut. Ich glaub, der finischt nicht. Schade. Fuck. Langsam hab ich online, ey. Ja. Aber ich find's schön, dass wir fast alle zwölf Tone haben und Kevin da mit seinen sieben. Ja, Kevin hat das nicht so gefühlt, tatsächlich. Ich wollte halt scalen. Ach so. Was ist denn die nächste Change? Wir könnten eine Trap-Team spielen. So Maokai, Zeppling, Shako, Boxen.